zum moin moin ihr ganz schnitt hier herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge warms wmd heute mit sebastian peter dennis und dalu wunderschönen guten tag die web ist gerade ein bisschen noch so alter guckt euch mal die form von dem ding an holy shit von dem zaun von dem zaun ja so jetzt weiß ich was du meinst ja ja der fordere davon der hintere dreieck aber der recht der vordere auch das glaube ich nur versteckt oder direkt da wo selbst vor dem sepp was habe ich dir getan wird weiß ich nicht du stehst neben mir selbst gibt ihr schaden stattdessen scheiß egal man anfangen ist hat noch nicht aus dem noch wegen letzter folge jetzt mal schön auf die anderen gegen köln hier aufs dali das weg ist auch knapp geworden danke da du mich daran erinnert hast was denn auf peder zugehende für die rache auf jay was war das denn für ein monster alle gehen nur auf mich 100 prozent ist lang wirf eine granade komplett quer über die map auf den 10er ist auf jeden fall ein schwieriger wurf also wenn du den schaffst wenn du den schaffst ist schon nice oh das wird nicht funktionieren mama oh schade schade ohne sepp treffen 100 prozent worth oh da oben die jays lucha petri sigi gabriel alle oben links ich jetzt erst ja 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 wir müssen irgendwo für die nachtern finden ach Dalu das ist schon ein bisschen assi ne ich sehe du hast du mit dem trigger aber du musst dir denken größer da war es aber nicht schnell dabei mit der sentry gun ohne witz ey wieso hat denn der baum eigentlich ein loch ja das ist mal super durchgeflogen glory hole nennt sich das kann sogar sein also dann war das so ne er andersrum du musst von mir weggucken ja dann schlägt er zu wenn du den nach rechts haben willst musst du andersrum stehen ja dann guckst du wieder zu mir hin weiter nach vor links ok wir probieren das mal jetzt gehts nach vorne eigentlich bessere position ja aber sepp steht jetzt unter dem baum dem kann nix passieren eben wenn der baum fällt ja wäre mega geil wenn so ne animation dabei wäre ja wäre mega geil wenn physikalische gesetzt den wurms gelten würden moment alle wurm und ihn sind tot hepp hepp gab mal physikalisches wasser das war schön boah junge alter geht das ab alter alter damit kannst du aber noch mal die welt neu generieren ja schön auf turk geht wow das ist ein altes flackgeschütze ja aber du hast ja nur 15% der schüsse getroffen der ist noch nicht so leicht schieß du mal peter ok ja genau ich kann nicht nach rechts schießen das ist aber schade mensch ja das ist schade ja da musst du halt auf den roten schießen peter geht nur auf mich peter geht nur auf mich ja ja mal gucken ob du wieder ein bisschen weins weißt du ein bisschen käse zum weinen käse zum weinen käse zum weinen zum weinen bring alter ey es gibt tatsächlich nichts anstrengendes was wir aufnehmen als formel 1 das ist unglaublich ja das steckt das steckt heute in den adern junge die alte er hat jetzt echt ne neue variante gefunden ja bring oh 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 nice oh das ist feuer das ist schmerzhaft glaube ich geht aber nicht durch 39 gleich viel damage boah krass aua aua guck mal da ein guter schnitt aua 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 geteilter schmerz ist halber schmerz achso das ist der turk zu treffen nein oa die war gar nicht so schlecht oa die war gar nicht so schlecht oa die war gar nicht schlecht ach komisch der burm hat sich doch bewegt wieso ist denn die gar nicht losgegangen ja weil die immer nur 1,50 m reichweine hatte hör doch mal auf über die gun zu reden vielleicht hätte sepp die vergessen ja dann wärst du mit ne wäre der andere mit gestorben oder was das wäre super geil scheiß scheiß ding ey stell ich den neuer auf mach das doch mach das doch mach das doch mach das doch mach ich doch mach ich doch fack schon gecraftet ey mein Name jetzt der alu card fertigt etwas muaaaaa muaaaaa was genau da steht jemand auf den geilen Kisten Schau an deinem Feind, um eine Chance zu erfolgen. Bye bye, schöne Welt! Einen Appetit dir bitte! Wie sterbe ich eigentlich? Ein neues Beginn. Sehr gut, Peter, finde ich gut. Baut sich da recht voll die Schutzwall auf. Das Problem ist, wenn man mit Seilen schwingt, dann ist man schneller als die Dinger. Klar. Aha. Dann kommst du dran vorbei. Dachte man sich bei dem Helikopter auf. Jetzt zeigt uns die geilen Seilskills. Oh shit! Alles klar, Geis! Das waren die Skills. Das war's. Das war's. Sooo schlecht. Merken wir uns, ich habe in diesem Zug noch nichts gerissen. An diesem Spiel. Doch, du hast eine Granate versucht auf Jey zu werfen, die nicht angekommen ist. Ja, genau, die nicht angekommen ist. Und unten habe ich eine Granate gebrochen, wo ich mich nicht dessen erinnern darf. Hei! Was willst du da? Das war aber auch ein guter Einsatz von dem Seil, muss ich sagen. Pfff. Ich habe mir das dann doch anders überlegt. Der Baum, ey. I don't know why you're sitting there looking quite so contrary. Gibt diesmal gar keinen... Gibt es irgendein Innengebäude eigentlich? Gar nicht diesmal, ne? Ja, nicht. Der Runde irgendwie nicht, außer man kommt in den Bus rein. Ah, in den Bus, ja. Ich glaube, er kommt in den Bus rein. Na, der Eingang. Ich stehe jetzt hier unten. Rechts, da wo die Kiste steht, hätte ich jetzt getippt. Aber da gibt nur einen Eingang. Ja, vielleicht vertue ich mich auch. Also das ist nur eine Theorie, sag ich mal. Ja, ja. Ja, call us call. Oh, Sepp. Das ist super da oben. Ne, ne. Das ist Sepp, okay. Das ist super da oben. Jaaaa. So ist doch gut. Du musst dich mal eben kurz verkraften. Warte, ne Granate kannst du auch so da aufwerfen. Ja, ja. Guck mal, die Waffenkisten stehen noch beide halb in dem scheiß Bus drin, ey. Sogar perfekt dran, ey. Hey there fool, what you looking at? Want me to introduce you to my baseball bag? Ach, du brauchst Dynamit. Okay. Wo bist du denn so bösartig, lieber Nachbar? Hä? Oh Gott. Oh nein! Oh wie viel Schaden das macht! Oh burn baby burn! Oh das ist tot! Ja man! Ja nice! Sehr schön! Da hat grad ein schönes Baum rein, Uschi hat Zeit! Was? Uschi hat Zeit? Ja für dich! Uschi hat gerade frei! Der ist doch scheiße, mit dem kann ich doch nichts anfangen. Mach doch Wurmwechsel! Halt doch Beinbruch, Elliot! Dafür verschwende ich doch nicht den Wurmwechsel! Klar! Wobei... Nee, das mach ich nicht! Nee! Nee! Das mach ich nicht! Schick hier nicht so rum wie ein Mädchen! Schweißen ist ne gute Idee! Nach links! Die logische Konsequenz! Schweißen wieder links! Ja das war clever von mir! So! So ist gut! Das war clever von mir! Alles klar! Langweilig! Langweilig! Ich bin schon echter Taktiker! Wo ist mein vierter Wurm eigentlich? Habe ich schon einen verloren? Ich glaube ich habe schon einen verloren! Oh! War zum Craften! Sniper! Sniper! Ah ja stimmt! Ich habe schon einen verloren! Ah! Ganz ehrlich! Hey! Ohhhh! Ohhhh! Oh Junge! Alter Vater! Krass! Was macht denn das denn denn? Fünfundsechzig! Oh holy shit! Das ist viel zu easy mit dem roten Laser! Macht ja mega Schaden! Alles klar komm da! Jetzt du! Aber kann er damit noch jemanden treffen? Kann er nicht auch! Den 35er! Den 35er musst du auch drauf können! Stell den auf! Ramm schießen können! Hol dir das Helf Zeug! Ja hab ich vor! Die Zeit läuft! Das stimmt! Sehr schön! Hier oben ist frei! Hab ich gehört! Alles klar! Jay bleibt beschäftigt! Mit Dingen die er noch da oben reinwerfen kann! Okay! Aber da ist jetzt ein bisschen viel lebend vor da oben drin! Muss ich ehrlich sagen! Ah! Banane! Minkwasser! Kannste eine Holy oder so reinwerfen! Minkwasser! Minkwasser ist auch sehr Glück irgendwie! Nicht so viel Glück! Alter das gibt es nicht! Was ist jetzt passiert? Das Controller fällt immer runter! Kannst du ja nicht mit Panzertape dran machen? Alter du hast allerdings die blaue Front Zapp! Du hast allerdings die blaue Front Zapp! Ähm ich glaube ich mach was ganz entspanntes hier! Schön auf diese obere Spitze! Er holt sich nicht die Kiste! Leck mich am Arsch! Okay jetzt müssen wir nur Jays Charaktere so ein bisschen durchschütteln! Damit die abgeschossen werden meinst du? Ja! Ja! Sounds like a plan! Wobei einer bei dir auch nicht helfen kann! Mhm! Kannste! Guck mal der ist sogar dran! Ich denke dein Jetpack ist schneller als es im G. Oh lol alter! Ich wollte halt nach rüber rechts schießen ey! Oh guck mal das war schon mal ganz gut! Erstmal ne Granate gefreut! Das hat geschützt schon mal gelohnt! Und Jay ne ganze Runde weggenommen! Das ist schon nice! Oh hi! Und nen Wurm ne? BANG! Often comes in small box! Angie hat derzeit nicht ihre stärkste Phase! Genauso wie Uschi! Wie sollt ihr sich mal treffen? Er macht noch mehr Geschütz! Ey Peter das kann doch nicht sein! Was geht denn bei dir ab ey? Fand ich mega klug! Boring! Boring! Mega klug! Auch mega witzig Peter ne? Ja ich weiß! Pass auf! Nein das geht nicht! Doch das geht! Da geht das! Easy game! Mach das weg! Kiste wegmachen! Oh! Lol! 3, 2, 1! Oh! Na egal! Ist das perfekt! Was willst du mehr? Hallo Freunde! Ich will doch mitspielen! Krass! Wir sollen noch nach oben bei Turc äh treffen! Nächster Heilige muss einfach da sein! Nächster Heilige muss einfach da sein! Hey du bist tot! Ich bin doch nicht tot! Hab mich vertagt! Oh und I found something else I can use! Alle gehen nur auf mich! Wird geludelt und gelubelt ey! Wird geludelt ey! Oh Dalu hat jetzt nicht richtig reinkommst! Ach den Bram ist das nicht? Dalu? Man kommt da rein! Okay! Puh! Hier hat eure scheiß Geschütze! Ja ohne Witz! Hau rein! Also hier auch eine Fahrkarte dabei! Du musst doch hinten im Bus sitzen! War schon gut! Ja das sind die coolen Kinder! Ja die coolen! Ja die coolen! Muppets are on fire! That's one thing we've learned! You better get protected or you're gonna get burned! Ich denn jetzt? Ich muss mit dem auf jeden Fall weg! Wohin? Genau in die Mitte von dem Geschütz! Da so runterfallen so! Hier so? Meinst du? Oder hier? Unter das rechte Geschütz! Komm ich hier oben rein? Ja! Da du weniger Würmer hast als Dalu kannst du dich auch oben links reinsetzen! Und du eher dran! Das ist er nicht! Er ist nicht vor mir dran! Doch du hast weniger Würmer! Erinnert nichts! Ich bin vor ihm dran! Hey ich hab doch geklickt! Was geht? Achso! Er hat doch genauso viele Würmer wie ich! Ne! Er hat 3, du 4! Ich auch! Nein ich hab auch nur 3 mit viel HP! Jetzt ich! Viel besser! Hey du laberst von dem Bullshit! Ahnung! Nicht? Dalu versucht euch nur zu beeinflussen Leute! Meinst du wir vergessen dir den Bus oder was? Nun komm schon! Den Bus? Der im Baum! Den hab ich selber vergessen! Achso! Leute jetzt setzt er die Banane für das Geschütz ein! Nice! Ne das war nicht für das Geschütz oder? Das war Worth! Ne! Jetzt reiß ich alles! Ich komm halt da nicht mit der Bazooka dran von da aus! Ich kann mich halt da nicht bewegen! Was soll ich machen? Bin halt echt gedoomt! Derabe! Freunde! Also dann durfte ich jetzt endlich mal die Banane einsetzen! Also ein Zaun ist schon echt hinderndes! Das wird in der letzte Runde von Peter verwehrt! Peter hast du überhaupt ein Ticket um an dem Geschütz vorbeizukommen? Schwarz, das Geschütz auf dem Bus interessiert keine Sau! Noch nicht! Wie gesagt, die Geschütze, die gehen nicht so weit! Machst du nur das, ja? So cool! Alter Vater! Der Bus ist jetzt wohl weg! Bisschen anders geflogen, als ich mir das gewünscht habe! Okay, das Geschütze ist noch da! Okay, das finde ich jetzt nicht so witzig, dass das auf mir draufsteht! Mega gut! Boah, Bram hat noch fast volles Leben! 100, 160 und den, den er jetzt steuert! Äh, wo ist er denn? Aber alle da für unten! Ne, einer nicht! Also es ist auch schon hart, seine Position! Er muss halt echt, irgendwann sich einen Weg nach oben bauen! Weil jetzt ist... Eigentlich vorbei! Er hat ja noch ein bisschen Zeit! Eins und zwei! Na ja! Er hat zwar jetzt unten hier noch Wolle! Er hat perfekt sudden death um eine Runde rausgezögert! Eine Sekunde! Das stimmt! Jetzt ist sudden death! Boah, hast du auch gut drüber nachgedacht? Bestimmt! Easy! Jetzt öffnest du den Weg für Bram! Na gut! Boah, traf ganz schön viele Leute! Oh! Doch nicht den Weg für Bram! Oh, was? Sehr gut! Boah! Die 6 sind blutsch tot! Die 3 wird abgesetzt von der AfD! Und der Weg ist doch nicht frei! Sehr schön! Sieh, man hat es steckt aber auch in deinem Hintern, ey! Ach, jetzt habe ich das geschützt drauf! Und deshalb kann ich mich nicht bewegen! Nice! Ja, dann musst du wohl mal aussteigen! Scheiße, Alter! Ich hab die Explosionen abbekommen! Ja! Aber besser als mich abknallen zu lassen, wenn ich rausgehe! Das Geschütze hätte dich bestimmt nicht gesehen! Ich glaube nicht mal, dass es dich gesehen hätte, weil du hinterm Panzer wärst! War jetzt auch mein Gedanke, so! Oh, scheiße! Er macht mit dem Rotor die Decke kaputt! Komm schon! Er passt da nicht rein! Du scheiß fettes Ding! Einfach aussteigen! LOL! Alles klar, hängst du fast! Na los! Reicht mir! Aber was hat er vor? Bram, kann ich nach oben fliegen von da aus! Der Heli ist nicht für ihn erreichbar! Und das ist mir wichtig! Zumindest nicht so leicht! Und Ninja Robs dürfte er nicht mehr so viele haben! Ey, Freunde! Peter kommt raus! Ich hab Peters Ausgang aus! Ja! Hab ich ja gerade gesagt! Jetzt mach nur nicht die Tür offen da oben! Unten! Mach unten auf! Bram doch da rüber! Das war doch der dümmste, was er macht! Jetzt geh auf Dalu da oben mit seinen 125er! Ja! Oh fuck! Ja, nice! Liegt doch einfach nach oben! Er hat immerhin keinen Schaden geführt! Oh la, das gibt es doch nicht! Er hat immer noch keinen Schaden geführt! Wirst du nicht in den Jetpack? Das erste Seil immer voll stark! Und dann... Ich will halt... Muss man die Leertaste gedrückt halten oder so? Nein, das Seil ist einfach auch nur 5 cm lang! Was ist das für Bullshit? Ich dachte, die hätten das so gemacht wie früher! Bei Armageddon! Da konnte man doch geil sich entlanghangeln! Die Zeiten sind vorbei, Peter! Guck mal, wenn Bram jetzt macht! So wahr! Haha! Hahaha Haha Ciao, daun! Oh! Jawohl! Scheiß, Bram! Sehr gut! Das kam unterwartet, das hab ich auch nicht gesehen! Heit der Welt! Mein Wasser steigt ja gar nicht schnell, Jö! Er steigt echt nicht schnell! Oh, Dalu traut sich draus. Hey, Dalu, wir sind doch Nachbarn. Ja, deswegen ja. Oh, nicht schön. Ist der nicht tot? Nicht? Nein, nein, der lebt noch. Leicht angeschossen. Wie Jay's einziges Concern ist, egal ob er selber verliert oder nicht. Und da heißt es nicht, wie soll ich denn machen? Ich konnte bis lange nicht viel Groß anderes machen. Giste, giste. Artikel, nur mülder. Jetzt bin ich mal gespannt. Achso. Hey! 4, 3, 2, 1. Oh Mann! Ach, das hat alles so lang gedauert. Kann den Ja-Wops nicht so gut. Ja, wir aber alle anderen schon. Das hatten wir schon heute gesehen. Ja, das habe ich ja nicht gesagt, aber ich kann das nicht. Rocket League Auto. Oh, doch die Kiste noch. Da könnte doch was riesig Krasses sein. Ja, kein Platz leider. Wie, kein Platz, dein Inventar voll? Ne, keine Zeit. Volles Inventar, was wird das? Kollege. Lol. Du willst mich wirklich ausschweren. Wer ist ne Mauer gebaut? Aus meinem eigenen Haus. So. Krass. Viel Spaß. Stark. Hallo, Volk. Peter, doch nicht vor die Tore deiner Stadt. Das kannst du nicht machen. Wie sieht denn das aus? Okay, das ging viel mehr auf dran, was ich eigentlich wollte. Das ist immer noch kein Loch drin, das ist super. Jawohl! Oh, 20. Oh, langsam steigt ihm das Wasser bis zum Kopf. Fickgesicht. Einfachgesicht, das ist ein Problem. Der kann nur noch tippen. Der kann den 60er wegballern. Aber reicht doch, wenn ich mich noch tippen kann. Hey, Jay. Alle wollen zu dir. Kein Problem, ich hab reagiert. Und ja weg genug. Ich hab reagiert. Du hast noch einen Barren gebaut, Rott. Noch einen Stahlträger. So, ich muss jetzt erstmal um den König. Ich hab Wurmwechsel gebaut. Ohne Witz hat dich voll nicht gut. Nein. Okay, da oben sitzt er drin in seinem Haus. Ich weiß nicht, ob du auf den Dreier oder auf den Zweifel fangeln sollst. Das wird echt nicht einfach. Nach links. Aber egal, der trifft dann im Zweifel den Dreier. Oh, shit. Aber die Kanone ist weg. Doch, wir kommen da rein jetzt. 68, das reicht aber nicht für einen TNT. TNT macht 65, ne? Du hast doch auch einen, oder? Die machen wir fertig. Ja, aber die macht auch nur 65, oder nicht? Nein, der ist down. Oh, du bist auf der falschen Seite. Steige in den Heli ein. Durch die Decke. Ja, und dann fällt Jay ins Wasser. Das wäre mega witzig. Was mach ich denn jetzt hier? Ja, oben eine Banane reinschmeißen. Ja, das wäre das Geilste. Ne, von unten. Das ist direkt dann drunter explodiert, weil die Bananen gehen alle hoch. Gott, Sepp, du wirst nicht so selber. Das trifft mich selber. Mach ja, mach ich mich. Du kannst nur da rechts laufen, nur Nupe. Ach, du bist doch. Was ist das? No! Das wäre super gewesen, Sepp, die Bananen. Nein, er hätte die da drunter werfen müssen, dass die Bananen, wenn die alle explodieren, oben alles... Weißt du, wenn die... Genau, wenn die... Wenn die nach oben fliegt und explodiert und mir auf den Kopf fällt, da habe ich keinen Bock drauf. Der hat 14 Leben. Der ist sofort tot. Na, guck mal, Bram. Ja, cool. So, wie machst du den jetzt tot, wenn du mit einem Mal ohne dass du dich killst? Vargas braucht er wirklich einmal, weil... Wie machst du den denn einmal tot, ohne dass du dich killst? Bram, mach nur den Weg links auf, dann komme ich ran, er verprügelt. Mit Baseball-Slingern. Okay. Jetzt die Tür auf. Ich weiß nicht, oder? Ja. Oh, der Träger. Das ist Brams Letzter. Das ist Brams Letzter. Das muss ich eigentlich machen. Nach drei Leben hat der kleine Schwanz da. A short rope hides nothing! Ne, Peter. Vargas hat auch noch drei Stück, ey. Ne, nur noch zwei. Na ja, jetzt habe ich gleich zwei. Ralu hat auch noch. Noch drei Stück, ey. Auch nochmal zwei. Auch noch zwei. Simchay labert einfach nur. Ja. Peter hat auch noch drei. Peter hat jetzt die meisten. Das ist nicht gut, ich hoffe... Yes! Nein, 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 bitte! Oh, nein! Oh, ich hatte schon Hoffnung. Oh nein, ey, Peter hat da nicht rechts eingebunkert. Selb, wir sind in der Mitte, sind wir noch. Ja, das können wir noch schaffen. Wieso spiele die jetzt halt zusammenjugieren? Ja, weil du voll stark bist, Peter. Ja, eben, weil du so stark bist. Ja, ja, ja. Was wird das denn? Nicht ne doppelte Wand. Oh, guck mal, da kannst du schön Granaten werfen, Bramso. Das bringt doch alles nichts. Nicht? Doch, er will ihn einbauen. Er will ihn einbauen. Doch. Und dann ist er weg. So hast du ge... Ja doch, so. Ist auf jeden Fall dein Vorteil, Bram. Ja, irgendwann, ja. Dann ist das so. Ich bin mal gespannt, wie Jay handelt. Okay, komm, Sam. Dann zündet der da oben einfach irgendeinen Bullshit um. Hast du noch ne Banane? Nein, hab ich nicht. Aber wir kommen da irgendwie rein. Ich mach wenigstens offen. Ja, das auf jeden Fall. Kommt ja mit seinen Lenkraketen an. Nicht so hoch! Oh, die fliegt! Oh, was kann ich denn? Nice! Die zündet halt erst, ähm, irgendwann. Ja, das dauert halt ewig. Die muss echt lange fliegen. Jetzt versucht er schon, die Cheetah ganz zu nehmen. Jetzt komm, wir haben noch nicht verloren. Ich überleg gerade. Ich glaub, ich mach nen Boomwechsel. Guck mal, wer am weitesten oben steht. Dann. Kirk. Da du. Kirk. Was macht Zack denn jetzt? Hol' ne geile Waffe. Oh nein, 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 nein! Oh nein, nein, nein! Stirm bitte! Oh bitte, stirb! Und wach auf! Nein, der macht nicht auf! Oh, es hat dich gereicht! Ja, aber da wärst du doch eh nicht durchgekommen, Jay. Nee, das sind doch mega die Mini-Dinger jetzt nur noch. Ja. Wieso ist der denn jetzt wieder dran? Weil der grad Wurmwechsel gemacht. Ja, aber okay, das war früher anders. Seht nicht schuld aus. Ich will da oben was reinwerfen, Jay. Alles klar, leg keine Banane dahin. Easy going. Das ist viel attraktiver. Überlass mir den, Bram. Kümmer du dich um den unteren. Ich komm mich um den. Auf dich mit Leuten zu verbünden! Start, wie du willst, weitergehen. There is no audience without performance. Okay, ich kann keine Sachen anklicken. Kurator sieht. Nice, Peter. Das ist aufgegeben. Jetzt geht's wieder. Oh, das Sein hat geklappt. Ja, genau, das hat gereicht. Rocket League. Easy game. Was mach ich denn jetzt mit den Lutschern da hinten? Rocket League. Ich will da nix anklicken. Was soll das denn? Was machst du denn, Peter? Du hast noch 5 Sekunden. Alle Zeit der Welt, Peter. Ich kann nix anklicken. Nicht so lang. Na schon. Ja, jetzt. Oh. Ja! Nice, Peter. Dankeschön, Peter. Ähm, Grado, wir haben einen neuen Verbündeten. Ja, der eine schießt mit, der... Damn die Shit, ey. Oh, ich muss noch 5 Meter weg, ja? Ich stirb mein 5er. Was macht ihr denn da oben, ey? Mann, ist ne feige Ratte. Warum kann man den Bunsenbrenner so oft benutzen? Also, wir verstecken uns jetzt. Verstecken uns jetzt einfach oben auf der Karte. Find ich gut. Achso, Leute, ich könnte noch was benutzen können. Oh, ist denn der Shit? Das Ding ist ja mal voll geil. Okay, schade, wusste ich nicht. Ja, das haben die irgendwie geändert. Na, Jay. Du darfst selbstmäßig killen, damit er ne Banane unter Sigi noch schießen kann. Nein. Oh, was? Was war das? Oh, was? Der wieder hier rein. Oh, Mann. Den Schaden kriegst du trotzdem. Ist okay. Komm, Serp, jetzt von unten die Banane unter den Sigi, ey. Eine Sekunde. Eine Sekunde dann. Oh, shit. Hast du ein bisschen Schiss dran? Ach, warum? Du stehst vor, weil Danis doch gut ist. Was ist der Schiss? Oh, selbst mal auch mitspielen. Na, guck mal, was er jetzt macht. Sam, was hast du vor? Oh, fuck. Denk dran, es fliegt alles nach oben. Es fliegt alles nach oben. Oh, nein. Wenn das rechts den Dalo runterkullert, ein bisschen, dann ist gut. Oh, Gott, nix. Wie dumm war das denn? Nice. Ja, mach auf. Wir holen alle tot. Haha, nice. Das war so dumm. Das war so dumm. Wieso hast du dir nicht neben Dalo gelegt? Oh, nein. So hab ich voll viel Schaden gemacht. Sepp, Respekt, Sepp. Du bist der Geilste einfach nur. Hahaha. Dankeschön. Uh, Sepp, ich liebe dich. Uh. Lalalala. Du bist jetzt dran? Oh, das ist ja nice. Sehr schön. Weißt du, so feige Schweine, so feige Würmchen. Die sich da verpissen. Die haben das nicht verdient. Haha. Nicht letzter. Brrrr. Fram ist letzter. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Ja, du bist ja letzter wie inkompetenter. Haha. Ja. Noob. 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 Der Fram ist ein Noob. Ist ja von Peter noch dran. Ein dicker fetter Noob. Boah, dann ist er echt noch dran. Das Gib-It-Don nicht. Nice, Peter. Er will auch noch den retten, ey. Das ist doch klug. Ja, natürlich will er den retten. Das ist ja voll schlau. machen, aber ist egal, im Framben ist der Duuup, ist mir so egal, Peter, mach ruhig, dann habe ich wenigstens kein schlechtes Gewissen, naja, das brauchst du auch nicht, und, auutsch, komm voll zurück und tötest du noch Elliot oder so, schieß vorbei, ja, wollte gerade sagen, oh, Peter, ey, jetzt hör du nicht da oben, jetzt hat er keinen Wurmwechsel mehr, Peter hat ihn, aber, Dalu, aber Dalu, der hat zwei richtig gute Positionen, er hat keinen Wurmwechsel mehr, wir können die Position wieder beziehen, was wird das denn jetzt, Dalu, soll man zusammen gewinnen, oh, nö, was mache ich denn jetzt, du kannst die andere Position verlieren, ja, welche andere Position denn, Du darfst Dalu auf keinen Fall alleine lassen, Sepp, dann hast du verloren, der ist da hinten dran, der ist da hinten auf jeden Fall safe dran, und ich muss hier weg, Setz dich rechts neben, Dalu, so schießt, ich bin weg, Was ist das für ein Quatsch da oben, dieses Loch, das ist wohl mit Zeit verlor, Peter, kommst du jetzt, sonst holst du uns, oder was machst du jetzt, Das ist gar nicht so teuer, der Brenner ist auch nicht teuer, glaube ich, Der Brenner ist auch fünf Stück, das reicht nicht, um nach ganz oben zu kommen, Ich glaube schon, Nein, der kommt nicht an den Deckel, Der kann sich noch Brenner bauen, da kann man alles abbauen, Ja, aber er kommt nicht mehr, der Winkel geht doch gar nicht, Dalu, wir müssen erst mal gucken, dass wir überleben, ja, da ist nämlich noch ein blauer Wurm, Ich hab noch ne Idee, Was denn? Wir sehen uns später, Sepp, Was machst du denn da jetzt? Du gehst jetzt einfach weg! Ich hau jetzt ab! Du gehst jetzt einfach weg! Warum gehst du denn jetzt weg? Ich weiß noch nicht, ich crafte gerade, Wir müssen noch eine Runde wegkalken, Halt ihn noch ne Runde ab, dass er uns nicht tönt, Du kannst denn, warte, warte, ja, ich schaff das, ich schaff das, Du musst jetzt Dalu wegmachen! Schließ ihn aus! Schließ ihn aus! Du musst Dalu wegmachen! Nee! Fuck, Alter! Wie dreh ich das nochmal? Chapp, chapp! Ben links rein und runter! Ihr Schweine! Er darf hier nicht gut kommen! Hoffentlich tötest du Sepp jetzt, Dalu! Hallo Dalu! Das ist so geil! Ich wär mir egal! Bestimmt! Dalu, ich hab noch was richtig geiles für Peter! Wir müssen noch ein bisschen mit ihm spielen! Er kommt jetzt aber rein! Bitte geh auf Sepp! Geh auf Sepp! Oh Gott! Johnny kommt! Er macht auf! Guck mal, der ballert sich selber weg erstmal! Oh Peter! Was machst du denn? Guck mal, ich hab noch einen Stahlträger! Den setzen wir einfach wieder davor! Und das Gute ist, Peter musst du jetzt halt mit dem spielen, das heißt, der andere ist nicht so weit genug! Du willst den Sieg! Ja, du tötest Sepp, bitte! Doch, der hat doch gar kein Leben! Du kannst mich nachher immer noch töten! Entschuldigung Sepp, du hast ein Damage bekommen! Jaaa! 13! Du würdest den doch zum Neck sticken! Nicht ohne sich selber zu killen wahrscheinlich! Na klar! Dann kann er einfach rüber gehen! Du kommst da nicht mehr rüber, mein Kopf guckt durch die Decke! Wir sollten ihn vielleicht jetzt vernichten! Kannst du nicht was hinlegen? Sepp, jetzt nur mal überlegen! Klug! Turk ist als nächstes dran! Jetzt musst du Dalu killen, in dieser Runde, damit du Elid killen kannst! Aber Dalu ist zu viel Leben! Alles andere ist kein Schicksal! Lege ich was neben denen oder so, dann geschützt oder sonst was! Vielleicht nicht! Na Holy? Wird reichen, dass der vielleicht rausfliegt aus dem Loch! Ja! Pass auf! Sepp, mach doch mal was! Die Ecke! Die Ecke! Alter, du bist zu einem Ruf! So, weil jetzt habe ich nämlich kein schlechtes Gewissen mehr, weil er mich umbringen wollte! Sepp, du bist so ein Ruf! Er ist der schlechteste Wormspieler, den ich kenne, ey! Ja, das sagen die beiden Bobos, die schon lange tot sind, ey! Weswegen denn? Ja, auch weil ich gut gespielt hab und euch weggemacht hab und ihr euch danach weggemacht habt! So ist einfach nur Positionsvorteil! Na, Peter, wie geht's dir da unten? Ja, bravo! Das ist einfach richtig scheiße gelaufen auch! Teleport, Peter! Geh nach oben und teleportier dich da rüber! Ich kann mich doch teleportieren! Du kannst doch teleportieren! Ja, nice! Ich hab doch nur gespielt, du Penner! Oh, jetzt hat Dalu ein Problem! Doch nicht! Ich hab noch eine Idee! Es ist noch nicht vorbei, Peter! Ich weiß, dass es noch nicht vorbei ist! Ich sehe, dass es noch nicht vorbei ist! Wir kämpfen! Hallo? Der? Was ist denn jetzt? Ich muss Peter 2 hier raushalten! Ne, vorne am Eingang Dalu! Ne, geht nicht! So! Was? Was? Peter, bau doch nen Wurmwechsel! Er hat bestimmt einen gebaut, so dumm ist er nicht! Peter muss seinen Wurm safen, danach kann er Wurmwechsel machen! Das dauert mir zu lang! Volles Risiko! Alles klar! Ah, hat doch nen Wurmwechsel! Muss doch eigentlich nur einmal springen, oder nicht? Ist doch vorbei! Ne, der hat ja mega viel Leben! Der hat doch 56 oder so! 100! 100 hat er nicht mehr! 100 hat er nicht mehr! 56 ist ein TNT, falls du ihn noch hast! Hab ihn nicht! Na, oder ein Schaf! Ja! Nein! Okay! Peter! Oh, ist das geil! Nein, nein, nein! Es dreht es nicht! Es dreht es nicht! Nee, das dreht nix! Das dreht gar nix! Das stirbt jetzt einmal in Peters Gesicht! Das ist so mein Gesicht! Oh, Peter! Das war jetzt richtig scheiß! Nein, lebt noch! Das war jetzt richtig scheiß! Oh, wie genial ist das denn, ey! Warum lebt Elliot noch? Ja! Bei mir lebt Elliot noch! Elliot ist ja auch ein guter Messer! Flop! Aber jetzt sofort ist er unter Wasser! Gut gemacht, Peter! Du hast nur gespielt! Holy Shit! Du musst nah ran zoomen! Wenn du rauszoomst, bist du unter Wasser! Oh, stimmt! Das ist jetzt scheiße gelaufen, ey! Ja, aber er ist jetzt tot! Das ist jetzt richtig scheiße gelaufen! Peter hat nur mit mir gespielt! Jaaaa! Ich find das gut, dass Salou gewonnen hat! Ich find das gut! Guck mal, am meisten Schaden gemacht, Bram! Hauptsache die letzten, nein! Das wär echt ganz schön schlecht! Hab das hier! Du kennst das ja! Boah! Das war eine sehr lustige Folge! Haut rein, ihr geiles Schnittchen! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Ciao! Ciao!